Hallo und herzlich willkommen auf meiner Webseite. Ich bin Peter Seeland, Tischlermeister, seit 40 Jahren im eigenen Betrieb und ich fertige Massivholzmöbel. Wie unterscheide ich mich von anderen Tischlern? Nun ja, ich habe mich spezialisiert, erstens auf das handwerkliche Möbel, zweitens gab es eine Spezialisierung, die sich auf historische Möbel bezog, nämlich auf die sogenannten Shaker-Möbel, die es in den USA noch als Antiquitäten und als Museumsstücke gibt. Die Shaker waren eine religiöse Gruppe, die auf jegliche Art von Verzierungen verzichtet haben und die Funktion des Möbels, des Gegenstandes in den Vordergrund gerückt haben. Seit 33 Jahren fertige ich diese Möbel, weil ich sie auch selbst in den USA erkundet habe und das Design der Shaker ist sozusagen in meine tägliche Arbeit und in mein Denken eingeflossen. Eine zweite Spezialisierung sind Schiebetüren, die ich schon immer gemacht habe im Zuge meiner massiven Möbel, nämlich bei Schlafzimmern. Dort war immer zu wenig Platz für Drehtürenschränke. Deshalb habe ich meine Kleiderschränke nach japanischem Vorbild mit Schiebetüren versehen. Was haben Sie jetzt davon, mit mir zusammenzuarbeiten? Nun ja, es ist erstmal offensichtlich meine langjährige Berufserfahrung. Ich habe sozusagen fast täglich nur Möbel gebaut, hunderte oder tausende Massivholzmöbel. Also ich möchte dem Kunden auf Augenhöhe begegnen und Wort halten. Das, was er gekauft und bestellt hat, das soll er auch bekommen und zwar so gut ich es vermag. Ehrliche Arbeit, ehrliche Möbel, fairer Preis Sollten Sie mich schon länger beobachten oder kennen und ein Projekt mit mir verwirklichen möchten, kommen Sie bitte bald, arbeite zwar immer noch gern und hoffe, dass das so bleibt. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Ich freue mich auf Sie. Bis bald.